So und damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video auf diesem Channel und zwar wollte ich euch sagen, dass die Projekte hier nicht mehr weitergehen werden also alles was aktuell hier hochgeladen wird ich mach das gerade so ein bisschen neutraler, weil es auf drei Challenges hochgehen soll, dieses Video alles welche Projekte, die auf diesem Channel hier hochgeladen werden werden hier nicht mehr weiterkommen, dieser Kanal wird jetzt gestoppt er wird zwar online bleiben, aber die Videos hier werden nicht weiter folgen sondern auf The Let's Play 05 ich habe mir einen neuen Hauptkanal erstellen müssen, da mir eben AdSense da ein bisschen an meinem alten, also Let's Play 05 gezickt hat und jetzt habe ich mich dazu entschieden, auch dem komplett alle Projekte zu machen nicht sowas Einzelnes, sondern dass man, wenn man den Kanal hat, direkt alle Sachen hat und eben das sehen kann, was man möchte und ich halt nicht diesen ganzen Kanalwirrwahr habe und man nicht weiß, was kommt wo und sonstiges, ihr seht halt hier alles hier kommen dann ganz normalen Let's Plays zu Racing Games, zu Action Games jetzt, zu GTA da kommen die VUE Live und SAMP und sonstigem Scheiß und auch die Vlogs werden da kommen mit Unboxing und sonstigem das wird jetzt auch alles jetzt auf The Let's Play 05 kommen heißt natürlich, ihr bekommt da auch deutlich mehr Videocontent jetzt als so zwei Videos wie vorher, weil ich habe ja mehrere Channeln, die jetzt zusammengelegt werden dadurch gibt es da ein paar mehr Videos am Tag ich hoffe, ihr freut euch drüber und dafür müsst ihr ganz einfach The Let's Play 05 abonnieren wie gesagt, ok, hoppala, Hetze weg auf diesem Channel hier wird es nicht mehr weitergehen, da ich mich dazu geschlossen habe, das jetzt auf einzuführen ich hoffe, ihr versteht das, ist ja kein großer Beinbruch, ihr kriegt eure Videos immer noch ihr müsst nur einfach auf den anderen Kanal gehen und dort einen schönen Abo hinterlassen dann bekommt ihr eure Videocontent immer noch schön in die Subbox geliefert und ich würde mich riesig freuen so, ich bin raus, ich muss noch ein bisschen am neuen Kanal verkeln und arbeiten ne, du know und you know, nicht du know und wir sehen uns dann, bis dann, ciao